Nur so'n Gesuff. Ja, oh, wer kommt da? Hey, Kumpel. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Hey, Penner! Von wegen, jetzt weiß ich, warum mich da niemanden gefunden hat. Verdammter Wichse. Die Beute hab ich schon. Ha! Stirb! Verkackter Wichser. Tch! Meine Freundin ist da oben. Bitte retten Sie sie. Na ja, dafür mal eine schöne 10 mm Pistole. Äh, ja, was machen wir denn, du? Gehen wir in das Radium? Ah, Sunny, wollten wir ja fragen. Ich penne doch auch inzwischen, oder? Briefkasten. Das ist ja auch mal passiert. Der hat der bestimmt gesch... Den Hof? Hallo. Jemand da? Hey, wach auf, ich will reden, handeln und verkaufen und so. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, ja, ich wollte eigentlich verkaufen. Natürlich doch. Äh, und zwar... Die kann ich noch gebrauchen. Mal wieder weg. Arztasche. Behalten wir. Ein Schussflinte. Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht eigentlich. Hexshot. Brauch ich eigentlich auch nicht, aber... Die werde ich dabei auch nicht besser weg. Kriege ich auch nicht besser verkauft. Ich will dich schon überwachen. Die Hülsen brauche ich alle noch. Hm, 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 hm. Das geht weg. Und den kann ich auch haben. Ja, da kann man schon fast werden und spielen, ne? Ha, 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 ha. Ja, wären wir noch süchtig oder so. Nee, nicht Transaktion erbringen. Ist okay, machen wir so. Danke. Hammergeil. Danke. Rundlich. Und immer mit der Ruhe. So, dann wollen wir mal eben... ...die neuen Millimeter auch... ...bessern. Rapparieren. Hey, klick. Oh, geil. Einen Schuss. Ich weiß, ich kann nichts mehr. Ich muss die Geistern. Oh, wie können sie ausprobieren. Du, du. So. Ich muss klauen. Fleisch und Boden. Oder... ...dandy, boi, Apple? ähm, wir wollen jetzt zu Sunny 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 wir wollen Sunny werden aber ich kann ja eigentlich mal ein paar von diesen von diesen von diesen, na wie heißt das jetzt hier Sunset Sarspaprl na von dieser neumodischen Cola so, krieg ich jetzt nach und nach STP wieder mit ah ja, okay das ist auch neu das war bei Fall Out 1 bei 3 war das auch anders ah, aber das steigt ja, okay finde ich noch oi, ihr habt ja dieselbe Mucke ist da ich kann hier nicht irgendwo pennen ein Terminal mhm oder nochmal quicksave ja, ich brauche quicksave quicksave f5, ja, alles klar okay jetzt schauen wir mal wo ihr reinkommen duppdudu DRAGONS mhm mhm ok mhm den könnte das R stimmen richtig mhm mhm sperrung droht dann fangen wir nochmal ich sollte mir das echt nochmal oh, YOKAMA verloren jetzt sollte ich mir doch nochmal irgendwie angucken wie man die hier am besten knackt ach sonder einen so ein bisschen an Megamind Megamind wie hieß denn das Spiel? auch da mit den Farben und wo man versuchen muss den Farbcode zu knacken wenn der andere gegenüber versichert so, Roaming hat 3 von 7 korrekt jetzt ist die Frage, sind die Buchstaben korrekt oder sind auch die Stelle, wo der Buchstabe steht korrekt das ist die Frage ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Stelle richtig ist ich gehe mal davon aus, dass ING richtig ist da noch mein Ceiling Staying Staying wahrscheinlich nicht weil wenn wir das A auch richtig grüßen das auch nicht ach so, äh, das war eine andere Stelle, ne da nicht da nicht da nicht nein opening vielleicht hm opening auch nicht was haben wir noch mal ging das Ding oh mein ich gehe wegen meiner, hat das Ding gesperrt ich gehe wegen meiner, hat das Ding gesperrt ähm und nochmal Kamera verloren scheiß drauf ich gehe schon wieder hier ist, was hier dann ist ähm, da sind wir noch mal irgendwas mit ihnen ok, da ist wieder irgendwas mit ihnen wie ok, so, was haben wir denn das Ding auf das Holding ne ne ähm kann ich mir auch nicht vorausstellen blending, denn würde das mit dem A passen, nicht ich ooooh man sechs von sieben ist es gar nicht dann ist es Leading, kann ja nur Leading sein Juhu Ok, der Mann hat sich das auch beantwortet, das heißt nicht nur der Buchstupe, sondern auch an welcher Stelle ist Oh, Schloss anregeln, hier ist Schloss Ok, hier ist das Schloss der Gebieterbühne Das will ich nicht knacken, hab ich doch anscheinend gerade, oder nicht Was hab ich denn jetzt aufgemacht, verdammt Skyrim ist Schloss Na toll Oh Mann Da hab ich ja so viel Karma verloren Das ist aber uncool Ja, klasse Ähm Ich gerade festgestellt hab, war die Aufnahmetaste genau die gleiche wie Schnellladen Ähm Ja, so, die könnten wir jetzt aufschließen, bringt nichts Ok, kommen wir nur noch draußen Wenn wir den knacken, kriegen wir jetzt auch EP Aber wenige... Ach, da ist der verkackte Safe So Dann können wir das auch nochmal machen Ja Okay Wir suchen wieder irgendwas mit ihm Ok, es ist nichts mit ihm Oh Gott Gibt's aber nichts in Länge Ha, Glück gehabt So So Öffne mir das Schloss Danke Was ich den vorher nicht gesehen hab hier Öffne den Boden Safe Was haben wir da drinnen? Oh, nehmen wir Leihrohr Na gut Korken Luka Cola Scheine 22 Und So Fisch gut Trinken wir die mal ein bisschen geklaut Ah, mal Extend tut es nicht weh hier Oder? Zum Schlechtes Gewissen Wo sind die überhaupt? Irgendwann ist auch mal draußen Wo wohnt denn Sunny? Kann ich ihn finden? Keine Sau hier Warum ist das beschlossen? Also Brett vor Merkwürdig Dö där därAR Äh ja Mhm Waffenlose angriffe Toll auch hier wer kippt nen Moped um Sommerrei Selbst hier Da oben war der Friedhof Oh, hier können wir mal Kann ich mal ausprobieren Wie ist die denn auf Entfernung? Wenn die ordentlich Damage machen, dann ist die doch ziemlich geil, die Knarre Da haben wir schon wenig Muni, ne? Wie die ganzen Häuser hier verrammelt sind Ja, wie ein Pferd Huuu Da ist doch was drin Oh, Kisten Kisten Oh ich kann schlafen, sehr schön Hockey Maske Näääää Und die ist leer Na ja was ist hier noch? Ein Sensormodul und der party denn gut nacht jetzt haben wir es auf fünf morgens und kann man hier schlafen aber zwar eine stunde schlafen ausgerutscht oder anders ne egal suchen wir weiter nach Sonny 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 BAM oh daneben sag mal hallo die Kräfte hier das Ding an ich war echt nicht weit weg Sonny bist du hier ach gucke mal eine Nachladebank so macht man das also benötigt die Fähigkeit 40 habe ich so Zerlegung Zettel, wieso zerlegen, ich will nicht zerlegen, ich will nicht herstellen ich darf nur zerlegen ich bin noch etwas überfordert, was ist denn jetzt hier neun Millimeter geht nicht ok vielleicht muss ich da mal ein bisschen mit warten was kann ich hier machen Recycling, kleine Energiezellen, das will ich machen was hat er jetzt gemacht jetzt habe ich Energiezellen oder was cool Spiel verkaufen ah ja das muss man also da und da macht man irgendwas mit Muni ich hab aber noch keine Magnum, dann können wir die hier mal eben zerlegen ich werde es erstmal ausprobieren so Böse 6 Pulver kleines Zinsschütchen und 14 Blei so kann ich da raus denn ach so jetzt könnte ich neun Millimeter Patron machen interessant wie kann ich denn, was brauche ich denn für Kaliber was war die Einschussdings 12 oder was Kaliber 20 war das glaube ich Zündhütchen Schrotflinte ok also es gibt kleine und große Zündhütchen Pistole für Gewehr und Schrot Altmetall zu Bleizei müsste ich ja das Altmetall behalten sollen ok da fällt mir finde ich gut muss ich noch ein bisschen reinfuchsen aber das geht schon mal äh nur komisch dass wir das alles schon kennen und keine Rezepte mehr brauchen aber ok so ich hab hier grad jemand reingesehen gut gut ohne ihnen zu nahe treten zu wollen aber in letzter Zeit kommen viel zu viele Fremde in die Stadt ja guck mal wie die oh ein Zauberkünstler eine levitierende 9mm die klebt da die klebt da einfach so an der Seite nichts kein Holz da aber geil oder ist ein Zauberkünstler ha ein Zauberkünstler magiii ist magiiiic was das in die ah 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 ah